Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Spaghetti Omelette. Spaghetti Omelette ist ein einfaches Hauptgericht, schnell gemacht und trotzdem lecker. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 200 Gramm Spaghetti, 100 Gramm Blattspinat, 6 Eier, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 2 Esslöffel gehackte Petersilie, 3 Esslöffel frisch geriebener Parmesan, 100 Gramm gekochter Schinken, 100 Gramm Mozzarella, 4 Esslöffel Butter. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Messer, Schneidebrett, Pfanne, Schüssel, großer Teller. Zubereitung Die Spaghetti nach Packungsanweisung bis fest garen, viel Wasser, reichlich Salz, kein Öl ins Kochwasser, nicht abschrecken, etwas Kochwasser zurückhalten. Den Spinat verlesen, waschen, trocknen und fein hacken. In ein wenig Salzwasser dünsten. Die Eier in einer Schüssel verquirlen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Spaghetti, Spinat, Petersilie und Parmesan dazugeben und vermischen. Schinken und Mozzarella in kleine Streifen schneiden. Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Hälfte der Masse in die Pfanne geben. Schinken und Mozzarella darüber streuen. Den Rest der Masse darüber geben. Das Omelette goldbraun backen. Auf einen Teller gleiten lassen. Noch einmal Butter in die Pfanne geben und heiß werden lassen. Das Omelette wenden und ebenfalls goldbraun backen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!